Nur der Sieg zählt. Heute trainieren wir knallhart. Andiamo! Und damit willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey. Ohne Untertitel dachte ich eigentlich, er sagt an die Arbeit, aber gut. Heute üben wir das 1 gegen 1. Holt alles aus euch raus. Volle Intensität! Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich heiße euch wieder willkommen. Die letzte Folge, die hat ein paar Problemchen bereitet. Und heute geht es hoffentlich komplett ohne Problemchen weiter. Und, na okay, wir müssen schneller als... Ah, ja, jetzt sehe ich den Pfeil erst. Ach Gott. Wow, gute Grätsche. Na, schade, da kriegt er die Punkte. Los jetzt! Los jetzt! Forza! 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 Jawohl! Nein! Direkt in die Arme gespielt. Na, komm schon! Oh, Mann! Jawohl! Oh Gott, ey! Das ist richtig intensiv. Oh, Sie mir alles geben! Kann ich auch einfach dahin passen? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber man kann sich auch die Punkte sichern. Und dann einfach da durchgehen. Los! Präzise Pässe! Wo, wohin denn präzise Pässe, mein Lieber? Das ist ein 1 gegen 1 Grad. Jawohl! Oh, sehr schön. Ja, wir kriegen das A, unser Teammate, das F. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen komisch bei den Übungen. Aber gut, muss man mal durch. Ich habe übrigens von einem Kumpel sagen lassen, dass es jetzt tatsächlich ein wenig länger dauern wird, das Ganze. Und, ähm, dass ich da nicht unbedingt darauf drängen muss, quasi mit Müller und, äh, Hunter schnell Tore zu schießen, sondern, dass man sich da auch ein bisschen Zeit lassen kann. Oh, tut mir leid, Thomas. Ja, das war doch nur als, ähm, naja, Zweikampftaste gemeint. Aber gut. Ah, das war... ...als Überspringtaste gemeint. Ach ja. Ich kann dir mal kurz erklären, äh, was Sache ist hinsichtlich der, ähm, des Problems, was letztes Mal aufgetreten ist. Oh, schön. Endlich. Mal der erste Treffer. Geil. Jawohl, die kegeln alle runter. Ähm, das war nämlich meine erste FIFA-Aufzeichnung mit... Alles klar. Ähm, mit meinem neuen Capture-Device. Und, ähm, das Ding ist... Das nimmt in acht Spuren auf, das Teil. Das hat acht Audiospuren, in denen das aufnimmt. Und... Und das ist halt schon ziemlich heftig. Nein! Hau ihn doch rein! Jawohl. Und, ähm... Ja gut, einfach raus. Ja, okay, oder auch nicht. Ähm, und, äh, ja, FIFA nutzt halt diese acht auch ziemlich... ...intensiv aus. Die Menü-Sounds waren auf Spur drei und vier. Und ich dachte eigentlich, seien das nur die Menü-Sounds, die da drauf sind. Aber, ne, auch die Dialoge waren auf drei und vier oder auf irgendwelchen anderen Spuren. Auf jeden Fall, ähm, hatte ich nur Spur eins und zwei quasi gerendert. Als Sound. Weil bei Gran Turismo hatte das kein Problem gemacht. Aber ab heute, ähm, ja, oder ab seitdem, äh, werde ich jetzt quasi alles... ...dementsprechend nochmal anpassen. Das Interessante ist auch, dass das Ganze... Ach, heute gewinnen wir wahrscheinlich etwas höher. Ist auch eine interessante Begegnung immer wieder. Ähm, der HSV, egal wie der in der Saison drauf ist, gegen Bayern läuft's echt gar nicht, ne? Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm... ...wird das nicht mehr passieren. Ich mach diesen Zwischenschritt, dass ich die acht Spuren zusammenfasse, jetzt überall. Und, ähm, darüber hinausgehend, ja, ist das Problem nur an Konsolen vorhanden. Und, äh, ja, nicht am PC. Kommst du nur so vor? Du wirkst gerade ein bisschen unflüssig. Und jetzt, äh, ja, nichtimately hinTwitter. Kommst du nur so vor? Ich werde wieder hin palavra intoizen. Kommst du nur noch an. Kommst du eben nicht hin? Kommst w Button. Kommst du behebel Tau. Kommst du eins. Ja, in der Situation kann man nicht viel mehr machen. Ey, wie gesagt, ich würde lieber Lewandowski als Partner nehmen. Der kann aus jeder Situation die Dinger reinbolzen. Oh! Heieieiei. Fast wären meine Worte zu Beginn ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also an meinem TV wirkt das Bild ein bisschen unruhig, was die Bildrate angeht. Ich werde auf jeden Fall mal nachprüfen, was da Sache ist. Ich hoffe, die Aufnahme ist in Ordnung. Ah, schon wieder schlechter Pass. Jawohl. War der auch seit der 16. Als er den Kopfball versucht hat? Ich glaube, ja. Ja. Oh, schade. Jawohl. Oh! Schade, dass der nicht durchkam, aber das sah schon ziemlich krass aus. Hab fest damit gerechnet, dass Müller rankommt Stopp jetzt! Haben wir sein Kopfballtor. Vielen Dank. Okay, weiter geht's. In der 19. Minute. 1.0. Jawohl! Yes! Moment mal. Ah, jetzt hab ich, jetzt hab ich übersprungen. In drei Minuten spielt da schon das 2-0. Ähm, ja, ich würd hoffentlich dran denken, die Highlights zu gucken. Aber eine Sache irritiert mich. Warum ist rechts unten der Balken jetzt so... ...so leer? Heißt das nicht, dass... Also Moment, der Balken füllt sich doch, wenn wir ein gutes Zusammenspiel haben, oder? Hä, wir haben grad... Also wir haben jetzt einen Fehlpass gespielt, haben da Punkte verloren. Okay. Aber wir haben grad ein Tor geschossen in Zusammenarbeit mit beiden und haben... ...da sehr viele Punkte verloren. Ja, 3er-Pack-Küller. Ja, ich hab ja gesagt, die Partie wird ein bisschen einseitig. Ja, keine Chance. 11 Minuten für drei Tore. In wie vielen Minuten hat Lewandowski nochmal fünf Stück reingemacht? Ah, schade. Ja, oder vielleicht ist der Balken auch einfach rausgesumt. Das könnte natürlich auch sein. Aber hier kriegen wir jetzt wieder was dazu. Das verstehe ich nicht ganz, das System. Also... Wow! Also ich wollte grad sagen, der Kameramann auf dieser Seite pennt schon, weil er sich gedacht hat, da wird eh nichts mehr passieren. Ja, wir haben es verstanden. So die ganze Zeit, während der Ball noch in der Luft ist. Reinzoom, reinzoom, reinzoom und... ...weiter geht's. Oh, Mann, ey, was war das denn? Das könnte ich sogar besser... ...häh, was war das denn? Jahr 7. Ah, schade. Ja, da wollte ich mit den beiden Jungs was Schönes machen. Bei einer 3-1-Führung kann man sich das auch erlauben. Ja, da war halt niemand. Da waren irgendwie 5 Spieler auf einem Haufen. 3 von denen und 2 von uns. Und ich bin da auch mit reingerannt irgendwie. Weil da nicht viel anderes ging. 6 zu 5, also die Statistiken in Sachen Schüsse... ...sagen eigentlich, das Spiel sei spannend. War es bis jetzt spannend? Ich weiß es nicht. So, früh gestört. Ja, ein bisschen stärker, Mann. Ich meine, wo sollte der so denn hingehen? Ich habe doch extra lang gedrückt. Super Pass. Super Steilpass, mein Lieber. Kann ich mir aber selbst auf die Schulter klopfen. Habe ich auch selbst verhauen. Oh Mann, nimm den Ball doch mit. mín��xtиться. Ich würde sagen, Ah, schade. Das war schön. Oh, kein Foul. Alles klar. Finde ich cool. Ah, ja. Ja, ich versuche den die ganze Zeit rauszukriegen, aber die Jungs drehen ein bisschen auf. Na komm schon, jawoll! Ja, ihr müsst entschuldigen, irgendwie funktionieren eine andere Toy-Jugel nicht wirklich. Oh, der war gut. Oh, das war aber auch richtig knapp, ne? Rieberi geht raus. Freut sich erst mal. Jawoll! Ne, ne, er freut sich. 4-1. Darüber erfreut er sich natürlich. Abseits, oder? Ah, ja doch. Ja. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass der eine Pass nicht auf den Flügel gegangen wäre, sondern direkt zu Alex, aber ich habe selbst ein bisschen zu lang gedrückt, glaube ich. Also, anscheinend habe ich zu lang gedrückt, denn das Spiel hat es so registriert. Insofern, beim nächsten Mal mache ich es hoffentlich besser. Oh, komm schon, ey! ... No, nein. Ah, Mann. Es ist sehr schwer, nochmal durchzukommen. Aber ich muss sagen, die Gegner, die spielen doch ziemlich ordentlich. Also 4 zu 1. Ob das so 100% repräsentativ für die heutigen Leistungen ist? Alter Schwede. Nein, warum denn so unfassbar lasch? Oh mein Gott. Oh, schade, ey. Alter, wenn das doch ein Tor geworden wäre. Ja, sehr schön, ne? Fünf Schüsse, drei Tore. Der Kerl hat es heute krachen lassen. Ja, und die Jungs schauen ein bisschen enttäuscht rein. Ja, die ganzen Kameras auf ihn gerichtet. Da war heute auch einfach eine astreine Vorstellung. So, Moment, Spielehöhepunkte. 10-0 ist auch klar. Das zweite Tor. Das war halt extrem gut, ey. Also, gute Vorbereitung. Und dann, jo, einfach mal rein damit. Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem Interview. Und die Frage ist, was machen wir, wenn Thomas Müller Spieler des Monats hier, nee, Spieler der Woche wird? Das dürfte Alex nicht ganz so schmecken. So, wir investieren ein bisschen was in Stärke, um hier Schusskraft und lange Schüsse verbessern zu können. Und was machen wir noch so? Ja, gut, Thema Flanken und so brauchen wir nicht. Oder zumindest nicht so unbedingt. Nicht so dringend. Ja, heute mal ohne Interview tatsächlich. Na? Ja, wir sind immer noch beim Status der Rivalen. Also, 4-0 in Sachen Tore für Thomas Müller. Einsätze ist ausgeglichen, Vorlagen sind ausgeglichen, Vorlagen zum Partner. Da ist Alex ein bisschen weiter vorn. Ja, aber die Frage ist natürlich, wie verbessert man jetzt den Wert, den Balken quasi? Indem man einfach untereinander gut spielt. Aber wir haben noch vorhin ein Tor geschossen und dann wurde es rot und dann Pam. Ist ziemlich viel weggegangen. Also, keine Ahnung. Hier in der Tabelle sind wir mittlerweile nur noch einen Punkt entfernt von Dortmund. Das ist sogar ziemlich ordentlich, ziemlich komfortabel. Und ja, ich lasse mal die letzten Tweets hier runterlaufen. Und bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Seid auch dann wieder dabei bei FIFA 18 The Journey. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.